So, hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Duke Nukem Forever. Oh, wartet. Oh, nee, nee, das war jetzt nicht. Also so eine Umstellung machen wir jetzt nicht. Ach, sch... War ja klar. Das ist so cool. Nicht meine Idee, aber gut. Ich kann mir... Ne, ich kann nichts dazu sagen. So fehlen mir einfach alle Worte. Wie, was ist das denn? Oh, warum... Oh, nein, nein, nein. What the fuck? Was zum Teufel, was zum Teufel, was zum Teufel? Das ist nicht cool. Ah, das ist gar nicht cool. Das ist gar nicht cool. Nicht cool, nicht cool, nicht cool. What? Aha. Ah ja. Oh, oh. Dort's Bankmacht. Hä? Oh je. Verdammt. Oh, jetzt sind wir da drin. Interessant. Also, es gibt ja... Hä? Und jetzt? Oh, natürlich. Wir schrauben hier wieder. Ganz mutter von Sinn. Oh mein Gott. Was ist das denn für ein cooles Ding? Ah. Als ob es wie gemacht wäre für uns. Selbstverständlich ist es wie für uns gemacht. Äh. So. Wahnsinn. Die haben sich, finde ich, doch relativ Mühe gegeben. Da... ...in dieses Spiel Humor und Witz reinzubringen. Aber dafür ist Gearbox-Software bekannt. Und schnupp. So. Ah, 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 ah. Ui. Kann ich jetzt einfach durchgehen? Machen wir's. Ja, finde ich gut. Oha. Oha. Oh, oh. Das hört sich nicht gut an. Oh. Hier ist ganz schön viel Gas drin. Ich könnte mal behaupten, ne? Hier darf ich nicht schießen. Ich behaupte mal, hier darf ich nicht schießen. Weil hier so viel... So ein Gas... Ich will's jetzt auch nicht ausprobieren. Ah, ah, ah. Wow. Okay. Haha, das ist ja geil. Oh. Oh mein Gott. What the fuck? Oh, die bewegen sich auch die... Oh, krass. Okay. Gut, dann... Auf geht's! Nein, 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 nein. Oh, ja. Ah. Ah, 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 ah. Nein, 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 nein. Okay, okay. Jawohl. Ja. Okay. Ah, und? Und? Jawohl. Ah, genial. Oh, hier sind aber Funken. Ich schieß trotzdem nicht. Ich schieß trotzdem nicht. Oh, oh. Ui. Ja, genau. Oh. Und jetzt? Ich habe den noch gestampft. Oh. So. Hier haben wir das da. Da geht dann das aus. Aber hier komme ich immer noch nicht durch. Das ist ja jetzt doch ein bisserl. Oh, warte. Ich muss jetzt zurückgehen. Oder? Ja, ja. Komm, stampft. Nochmal. Ah. Nochmal. Ah. Ah. Nein, 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 nein. Genau. Oh, ich zerstampft. Oh, denn. Oh, yeah. Genau so haben wir das gern. Heidri. So macht das Ganze doch schon viel mehr Spaß. Aber hier laufen wir jetzt hier so durch, als ob es kein Morgen geben würde. Jawohl. Hier vollkommen wurscht. Du, das ist ja... Frühstück für uns. So. Also, wir müssen ganz positiv sein. Sonst funktioniert das nicht, ne? So. Dankeschön. Ah, ja. Genau, dann können wir hier durchgehen, ne? Oder? Ach, nee. So, jetzt halt. So. Jawohl. So ist das doch schade. Ja. Oder? Immer noch nicht. Oh, mein Gott. Duke 1? Hier ist nichts. Alles klar. So kann man es auch sagen. Na, ich mag es nicht so. Wenn ich so das kleine Viech bin. Weil, er könnte auch böse enden für mich. Wenn er jetzt ein großes Monster auskommt. Nein. Wir haben... Na ja, erstmal das da. Aber wir haben auch unseren Schrumpfdings. Hundertprozentig, wenn ich da hoch springe. Sonst wäre das nicht so gestapelt. Ich meine... Leute, ich kenne mich. Nein, ich kenne die Entwickler. So. Das hört sich nicht gut an. Das hört sich... Ihhh. Yeah. Oh. Da muss ich sogar durch. Uh. 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 Verdammt. Das heißt, irgendwie nicht das, was ich erreichen wollte. Aber okay. Ähm. Checkpoint. Welt. Oh. Na ja. Eklig. So. Aha. Oh. Ne Tafel. Komm, ich würde dir was malen. Das geht bestimmt hundertprozentig. Aber ich muss dann wieder größer werden. Deswegen werden wir jetzt schnell größer. Oh, oh. Da kommt was. Da kommt was. Oh, oh. Das hört sich gar nicht gut an. Das hört sich nicht gut an. Na ja. Hauptsache. Ja. Gut. Kann man so sagen. What the fuck? God. Oh. Ja. Ich hab mich alle gern. Aha. Ne Ha. Okay. 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 Oh. Los. Stimmt's. Du bist abortiert. Ja. Das ist so uncool. Das ist echt relativ uncool. Ich hab einfach keine Waffe. Yeah. Als ich. Los kommt der. So. Ja, genau. Fress an der Leiche rum. Mann, 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 Mann. Oh, das ist gar nicht. Wieso kann ich? Ne, ich geh einfach hier rein. Das ist. Ach. Ach so. Ja, genau. Das ist jetzt hier so ein kleiner Miniboss, ne? Ja. Ziemlich. Ziemlich cool, find ich. Nein. Oh, das find ich doch lustig. Oh, das find ich doch lustig. Komm, wir tönen nochmal hier. Da durchleiten. Das ist doch echt witzig, ey. Das ist doch witzig. Oh. Vollstrecker. Das find ich nicht lustig. Das ist. Also, das ist doch. Das ist doch irgendwie nicht lustig, oder? Also, ich find das gar nicht lustig. Ich find das gar nicht lustig. Das ist nicht lustig. Nicht lustig. Wie soll ich das bitte schon schaffen? Was schaff ich jetzt? Was hab ich gegen den, bitteschön? Ich hab nichts gegen den in der Hand. Ich hab nichts gegen den in der Hand. Gar nichts. Das ist doch einfach bescheuert, oder? Dann kann ich hier einfach... Ach so. Ach, das zieht ihm auch was ab. Ja. Oh, Mann. So ein... Ach, nee, komm. Nervt mich nicht. Nein, 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 nein. Ach, gut. Ja, das ist gut. Oder? Ist das gut? Keine Ahnung. Ah, natürlich ist das gut. Selbstverständlich. So. Dankeschön. Oh, Gott. Nein, das ist nicht witzig. So. Oh. Natürlich. Staplerfahrer Duke. Hört sich lustig an. Ich wette nicht, dass wir mit irgendwelchen Staplern rumfahren müssen. Nee, das glaube ich nicht. Nö. Nee, glaube ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. So. Aber trotzdem machen wir uns auf den Weg. In das geheimnisvolle Mysterium. So, grüßt euch. Na. Auch tot? Kopf verloren? Joa, ich verliere auch immer den Kopf mit der Arbeit. Öfters. Standard. Da muss ich hin. Da muss ich hin. Da muss ich hin. In der Mülltonne ist bestimmt irgendwas zu messen. Nein, doch nicht. Hätte ja sein können. Ähm. Oh, hier passe ich durch. Nein, ich bin zu fett. Ja, zäh. Verdammt. Okay, oder? Und? Wie komme ich jetzt da hin? Ich habe irgendwas übersehen. Ich habe mal wieder, wie immer, alles oder irgendwas übersehen. Das ist immer so. Äh. Wahrscheinlich kann ich doch irgendwie durch. Nein, man muss aber nur die Kiste zerstören. Natürlich! Ah, das fühlt sich gut an. So, Leute. Was ist das für ein? Ah, das ist einer von uns gewesen. Kann ich nicht aufmachen. Oh. Das sieht mir... Naja, ne. Der sieht kaputt aus. Ah. Und was war da drin? Ah, feindlich. Tod. Hier ist doch irgendwie alles tot oder sowas. Und hier kann ich bestimmt irgendein Knöpfchen drücken. Ja! Gut. Brilliant. So. Warte. Ähm. Da habe ich auch nur noch einen Schuss. Ach, ich nehme jetzt einfach hier die. Perfekt. So. Ist mir jetzt wurscht. Scheiße auf diese komische Strahle-Mann-Gun. Sehr schön! Boah. 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 Ah, wie witzig. So. Oha. Oh, ich bin draußen. Wie cool. Sehr cool. Oh, und das ist ganz schön rot. Ganz schön rot da oben. Und überall Blut. Es ist überall Blut. Keine Ahnung. Ich gehe jetzt einfach mal durch. Und irgendwie da. Und so. Naja, wir haben es geschafft. Können wir ein bisschen warten, bis unser Leben wieder voll ist. Und dann, schau, so macht man es. Nur so nicht anders. Nur so nicht anders. Jackpoint. Ja. Ich liebe es, wenn Jackpoints da sind. Und dann können wir Pausen machen. Hehehe. Vielen Dank wirst du schon. Ich habe es gefallen. Und würde mich freuen, wenn beim nächsten Video bei Duke Nukem Forever mit mir dabei sein. Mein Name ist Ben. Und ich sage für heute, auf Wiedersehen. Tschüssi. 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 Vielen Dank. Vielen Dank.